Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und da hab ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als tausend Worte. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Ich geh ja nicht ganz. Tanzen hier schon den Bienen-Maja-Tanz? Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Hannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ich gebe TV total, eine wunderbare Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Und wir haben das dann gezeigt bei der, ähm, darauffolgenden Betten-Dass-Sendung. Da war immer so mein, mein, äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh... Ist das eine Gratwanderung? Das ist eine Gratwanderung. Und haben gesagt, ach, wir machen technische Sendung. Wir haben jemanden in der Leitung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Zu sagen, Junge, das ist ein, ein, ein solcher Erfolg und es ist genau das Publikum, ja? Ja, also das ist, das ist, das ist eine, ist eine katholische Erziehung. Ja. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Das hat aber seine Ordnung. Ich gehe auf Veranstaltungen und schaue mich da einfach mal so ein bisschen um. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Erst an dem Abend lüften ist aber dann schon aufgedeckt worden von der Zeitung. Da gab's eine alte Regelung. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein wenig gute Unterhaltung. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Sexuelle Orientierung. Ein wenig gute Unterhaltung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein und dann ist auch alles in Ordnung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Selbstmordattentate, Selbstmordattentate. Ich geh ja nicht ganz. Ich geh ja nicht ganz. Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, wir wissen auch, ob derjenige den ganzen Tag Spaß auf roten Seiten hatte. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. pound ist wie eine Drohung, wie eine Drohung, wie eine Drohung. Und mit der